Von unserem ersten geheimnisvollen Ort haben vermutlich die meisten schon einmal gehört. Das Gefangenenlager Guantanamo. Einer der umstrittensten Orte der Welt. Und einer der geheimsten. Hier hält das amerikanische Militär vermeintlich hochrangige Terroristen gefangen. Wir wollen herausfinden, wie die Haftbedingungen in dem Lager wirklich sind. Und der ehemalige Gefangene Murat Kurnas berichtet uns von seinen Erlebnissen in Guantanamo. Nach acht Monaten und dem Ausfüllen unzähliger Dokumente ist es endlich geschafft. Wir haben die Erlaubnis bekommen, in Guantanamo zu filmen. Die Drehauflagen sind jedoch extrem hoch. Unsere Reise beginnt am Flughafen Miami. Wir sind überrascht. Wir fliegen nicht von einem Militärflughafen, sondern von einem Flugplatz für Privatjets. Hier empfangen uns Offiziere. Ein letzter Check der Personalien. Der Flug dauert zweieinhalb Stunden. Ziel ist die Insel Kuba. Die Bucht Guantanamo Bay. Hier liegt ein großer Marinestützpunkt der US Navy. Auf der anderen Seite der Bucht liegt abgetrennt das Gefangenenlager. 1903 pachten die Amerikaner das Stück Land von der kubanischen Regierung als Militärstützpunkt. 2002 wird dort das berüchtigte Internierungslager in Betrieb genommen. Auslöser die Terroranschläge vom 11. September. Seit Anfang 2002 sitzen in dem Gefängnis vor allem mutmaßliche Taliban- und Al-Qaida-Mitglieder. Hier sind ausschließlich Terrorverdächtige gefangen. Das Lager ist umstritten. Der Vorwurf, die USA halten sich nicht an die Genfer Konventionen. Das bedeutet, die Gefangenen haben keinerlei Rechte. Endlich haben wir das Lager erreicht. Ab jetzt wird jeder unserer Schritte überwacht. Und die Filmaufnahmen. Die hochrangigen Offiziere können sie filmen, aber nicht die Wächter. Speziell ausgebildete Medienoffiziere führen uns durch das Lager. Ein kurzer Überblick. Der amerikanische Marinestützpunkt auf Kuba heißt Guantanamo Naval Base. Das Areal ist über 116 Quadratkilometer groß. Im Südosten liegt das Gefangenenlager. Das besteht aus zehn verschiedenen Camps mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen und Haftbedingungen. Einige dieser Camps sind nicht mehr in Betrieb. Camp 5 und 6 sind momentan die Hauptgefängnisse. In Camp Eco verbringen die Häftlinge die letzten Tage, bevor sie Guantanamo verlassen. Außerdem gibt es noch eine Krankenstation und eine Bücherei. Dahin wollen die Offiziere als erstes mit uns. Das Gesicht des Soldaten, der die Bücherei betreibt, dürfen wir nicht zeigen. Die Gefangenen können über 35.000 verschiedene Medien in den unterschiedlichsten Sprachen ausleihen. Alle Spenden von Hilfsorganisationen. Wir gehen jede Woche in die einzelnen Camps mit mehreren hundert verschiedenen Artikeln. Den Gefangenen ist es gestattet zu sagen, was sie diese Woche gerne hätten. Wir bringen aber nur Artikel in die Camps, die positive Themen haben und gute Werte vermitteln. Positiv. So wollen die Soldaten uns auch das Lager präsentieren. Immer wieder betonen sie, wie gut es den Gefangenen hier geht. Wir hoffen, dass wir uns noch selbst ein Bild davon machen können. Ein Bus fährt uns über das Gelände. Frei bewegen dürfen wir uns nicht. Das Lager scheint riesig. Zur Hauptzeit saßen über 700 Gefangene in den Zellen. Es ist schwer vorstellbar, dass hier mal so viele Leute eingesperrt waren. Man sieht überall diese Gitterdrähte, den Stacheldrahtzaun. Schon ein sehr beängtes Gefühl und sehr beängstigend und furchteinflößend. Dieses Gefühl kennt auch Murat Kurnas. Er saß von 2002 bis 2006 in Guantanamo. Der Vorwurf, er sei Terrorist. Zu Unrecht. Nach seiner Entlassung ist er in seine Geburtsstadt Bremen zurückgekehrt. Dort haben wir uns mit ihm verabredet. Wir zeigen ihm unsere Aufnahmen. Wie sehen seine Erinnerungen aus? Es bedeutet Folter und Ungerechtigkeit. All diese Sachen kommen dann wieder in Gedanken. Und das Schlimme ist, es sind noch Menschen dort, die das noch durchmachen. Immer noch. Was genau hat Murat Kurnas in seiner Haftzeit dort erlebt? Ich persönlich zum Beispiel wurde dafür bestraft, weil ich Vögel gefüttert habe und saß dafür im dunklen Loch halt für 60 Tage. Und für Liegestützen trainieren haben sie mich 30 Tage im dunklen Loch reingeschmissen gehabt. Wir wollen uns selbst ein Bild von den Haftbedingungen machen. Zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten sind 79 Menschen inhaftiert. Die meisten sitzen in Camp 6. Dort bringen uns die Soldaten als nächstes hin. Die Auflagen für die Filmaufnahmen werden weiter verschärft. Können wir während der Fahrt filmen? Nein. Wir sagen, wenn ihr drehen könnt. Hier treffen wir zum ersten Mal den Kommandanten des Lagers, Colonel Gabowitz. Es ist sehr wichtig, dass die Welt sieht, was wir hier machen und was unsere tollen Soldaten, die Marine und die Küstenwache hier täglich vollbringen. Wie sie für die Sicherheit sorgen und die Gefangenen fair behandeln. Die meisten sind hier im Camp 6, 60 Prozent. 20 Prozent in Camp 5. Fehlen noch 20 Prozent. Deren Unterbringung möchte man uns nicht zeigen. Wir dürfen uns immerhin in Camp 6 umschauen. In einer leeren Einzelzelle präsentieren uns die Soldaten die Gegenstände, die den Gefangenen zur Verfügung stehen. Dazu gehören Kleidung, Decken, Kopfhörer, Kosmetik, Dekoran und verletzungssichere Schreibutensilien. In diesem Teil des Lagers sind jedoch keine Gefangenen mehr inhaftiert. Dann bringen uns die Offiziere in einen anderen Teil des Gefängnisses. Alles ist abgedunkelt. Wir dürfen nur noch flüstern. Hinter verspiegelten Scheiben sehen wir zum ersten Mal Gefangene. Mit ihnen Kontakt aufzunehmen oder gar zu sprechen, ist strengstens verboten. Es ist gerade Gebetszeit. Die Gefangenen wissen nicht, dass wir sie dabei beobachten. Das ist wirklich eine sehr unangenehme Situation jetzt. Man kommt sich so ein bisschen vor wie im Zoo. Die Männer sind ohne Gerichtsurteil eingesperrt. Was ihnen vorgeworfen wird, will uns niemand sagen. Einzige Aussage aus Kriegsgründen. Immer wieder berichten ehemalige Gefangene von willkürlichen Verhaftungen. Die Amerikaner bezahlen angeblich in Pakistan und Afghanistan ein Kopfgeld dafür, dass Soldaten oder Polizisten Terrorverdächtige an die USA ausliefern. Murat Kurnas wurde vorgeworfen, dass er für die Taliban gekämpft habe. Wegen dieses Verdachts saß er fast fünf Jahre in Haft. Wie sich herausstellte, zu Unrecht. Zu Anfang habe ich gedacht, habe ich wirklich daran geglaubt, sobald die Amerikaner feststellen, dass ich der Falsche bin, werden sie mich gehen lassen. Und ein Jahr später habe ich es immer noch gehofft. Diese Hoffnung, eines Tages wieder ein freier Mann zu sein, hat er nie aufgegeben. In Guantanamo bringen Offiziere uns ins benachbarte Camp 5. Wieder präsentieren sie eine leere Einzelzelle. Und den Medienraum. Laut Aussage dürfen die Gefangenen hier vier Stunden pro Woche fernsehen. Mit Fußfessel. Immer wieder betonen die Wärter und Offiziere, wie gut es den Gefangenen geht. Murat hat die Bedingungen am eigenen Leib erfahren. Über die Zellenausstattung, die wir ihm zeigen, kann er nur schmunzeln. Diese Bilder habe ich auch nach meiner Entlassung gesehen und habe mich gewundert. Ich habe gesagt, wow, die haben da so viel gehabt, aber ich wusste nichts von. Ich war da fünf Jahre und habe nichts von gesehen. Während seiner Gefangenschaft war er in verschiedenen Camps. Es gibt zum Beispiel ein Camp, wo man in Einzelhaft im Dunkeln ist. Es gibt dort kein Fenster oder Sonstiges. Man ist absolut abgesperrt. Dann gibt es ein Camp, wo man gesehen werden kann und die Wärter auch sehen kann. Weil diese Käfige sind dann mit einem Plexiglas abgedeckt. Aber man kriegt halt schlecht Luft. Und Kuba, Guantanamo ist ein sehr warmes Ort, ist extrem warm. Diese Camps dürfen wir nicht sehen. Die Offiziere legen Wert darauf, dass Guantanamo kein Gefängnis ist. Der größte Unterschied, in einem Gefängnis sitzen Leute, die von einem Gericht verurteilt worden sind. Die Gefangenen, die wir haben, wurden ohne Urteil eingesperrt, weil sie Kriegsverbrechen verübt haben. Die Soldaten stehen hinter diesem Grundsatz. Auch Colonel Gäberwitz. Er arbeitet seit einigen Monaten im Gefangenenlager. Ein großartiger Job, mit so vielen Soldaten, der Marine und der Küstenwache zusammenzuarbeiten, ist fantastisch. Es fühlt sich toll an, zu sehen, was diese großartigen Amerikaner leisten. Der Tag geht zu Ende. Wir sitzen noch bis Mitternacht in der Medienkontrollstelle. Bild für Bild überprüfen die Offiziere das Filmmaterial. Etliches wird gelöscht. Über 700 Gefangene haben die Amerikaner aus Guantanamo in den letzten Jahren entlassen. Heißt das, dass alle unschuldig festgehalten wurden? Wir fragen den obersten Medienoffizier. Sobald die Gefangenen in Guantanamo verlassen und wir sie jemand anderem übergeben haben, ist unser Job getan. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Schuld oder Unschuld zu sprechen. Unser Job ist nur, die Gefangenen zu verwarnen, sie zu versorgen und für ihre Sicherheit zu sorgen, während sie hier sind. Guantanamo gerät wegen Foltervorwürfen immer wieder in die Schlagzeilen. Angeblich setzen Soldaten unerlaubte Verhörmethoden wie Waterboarding ein. Wir wollen wissen, stimmt das? Bei der abschließenden Pressekonferenz haben wir die Möglichkeit, den höchsten Kommandanten auf die Foltervorwürfe anzusprechen. Hier gibt es keine Folter. Die Befragungen, die wir machen, sind alle freiwillig. Ich kann nicht sagen, was woanders passiert oder hier vor vielen Jahren passiert ist. Aber seit langer Zeit wurde hier nichts gemacht, was man als Folter bezeichnen könnte. Wir führen freiwillige Befragungen durch. Ist alles wirklich freiwillig? Bei Murat Kurnas klingt das nicht so. In den fünf Jahren, in denen er in amerikanischer Haft war, haben die Offiziere vieles unternommen, um ein Geständnis von ihm zu bekommen. Es war halt Essensentzug, Plexiglas, Isolierungszelle, wo man keine Luft kriegt. Dann 30 Tage in einer Zelle, wo es eiskalt ist. Dann gab es Zeiten, wo sie mich 30 Tage in eine Zelle eingesperrt haben, wo sie dich mit der Hitze foltern. Für ehemalige Gefangene ist es schwer, nach der Entlassung ein neues Leben aufzubauen. Murat Kurnas hat es aber geschafft. Unsere Reise geht zu Ende. Was bleibt? Beklemmende Bilder von einem der geheimsten Orte der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017